Die Pandemie hat viele, viele Opfer gefordert und sie stellt Gesellschaften und Volkswirtschaften auf eine wirklich harte Probe. Und wir können diese Pandemie nur gemeinsam eindämmen und China und Deutschland können dabei eine wichtige Rolle spielen. Unsere Partnerschaft gehört auch, dass wir schwierige Themen ansprechen und alles auch auf den Tisch legen können. Dabei spielt das Thema Menschenrechte traditionsgemäß in unseren Gesprächen immer wieder eine Rolle. Hier gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, gerade wenn wir auch an die Situation zum Beispiel in Hongkong denken. Wir haben es bisher immer geschafft, auch diese Themen anzusprechen. Und ich würde mir wünschen, dass wir baldmöglichst auch den Menschenrechtsdialog wieder...